Liebe Coding Da Vinci-Teilnehmer, mein Name ist Daniel Steyl und ich bin Kustos des physikalischen Kabinetts an der Universität Götting. Unser Datenset Instrumente der Experimentalphysik Georg Christoph Lichtenbergs zeigt Objekte, mit denen Lichtenberg Ende des 18. Jahrhunderts als einer der ersten in Deutschland Physik anschaulich anhand von Experimenten begreifbar gemacht hat. Tatsächlich wurden Lichtenbergs Experimente nicht nur Studierenden, sondern auch interessiert im Publikum aus dem Bürgertum vorgeführt. Damit betrieb Lichtenberg schon damals Citizen Science im heutigen Sinn. Objekte, die diese Veranschaulichung von Wissenschaft besonders verkörpern, sind beispielsweise die hier gezeichnet Glasklocke mit Klöppel, zur Demonstration, dass Schall zur Ausbreitung eines Mediums bedarf, dieses Augenmodell zur Demonstration von Sehfehlern und deren Bewegung, sowie diese Schwungmaschine, mit der man beispielsweise die Bahnbewegung zweier Körper um einen gemeinsamen Schwerpunkt demonstrieren kann. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig auf dieses Datenset machen und bin gespannt auf die Ergebnisse aus Coding DaVinci.